und ich habe mir von meinem einzigen geld um 10 uhr schon so ein wein gegönnt also ich glaube die ganze stadt hier ist ein friedhof so wie es ausschaut also bruno hat definitiv irgendwie auch was düsteres muss ich sagen neben dem ganzen nachtleben für den studenten ahoi aus bruno willkommen in der bitteren realität wo man am 1 oktober so eine dicke jacke tragen muss auf jeden fall ich werde jetzt hier ein langes wochenende verbringen und werde mir die stadt bisschen anschauen ich bin ja fan von so kleinen städten wie zum beispiel braschow oder wrottslaw posnan von dem her habe ich mir mal bruno ausgesucht ich werde hier mal den ganzen tag bisschen rumlaufen weil die im stadt kann man ja gut zu fuß anschauen es sind hier viele studenten viele junge leute habe ich schon gesehen und hier werde ich den ersten stopp machen da gibt es eine kirche die werde ich mir mal anschauen aber von hier sieht es schon mal aus als wären da renovierungsarbeiten ich hoffe die ist nicht zu und werden uns mal in der stadt bisschen umschauen überall zu fuß rumlaufen was tschechisch zu essen holen der erste stopp ist schon mal ein volltreffer und zwar die kirche ist leider wegen renovierung geschlossen schade kann man ein bisschen durchschauen es gibt irgendwo was wo man noch runter gehen kann vielleicht kann man da rein gehen das werden wir jetzt mal versuchen so vielleicht ist ja dieser bruno underground offen wird jetzt mal darunter gehen und schauen ob das wenigstens offen hat es schaut auch so komisch aus dass es zu ist ich war jetzt drin und wieso habe ich nicht gefilmt es wäre ein bisschen makaber gewesen weil dieses beinhaus schaut schon echt groß aus also das ist was was ich vorher noch nicht gesehen habe aus religiösen gründen waren feuerbestattungen nicht möglich deswegen hat man nach der verwesung also circa nach zehn zwölf jahren die skelette in diesen beinhäusern aufbewahrt und er schaut echt gruselig unten aus es ist wirklich nicht groß aber es ist schon was was man so das erste mal sieht und echt so denkt so wow also ich kannte sowas nicht jeden fall was neues gelernt von diesen beinhäusern auch wenn es bisschen gruselig war und wir gehen jetzt bisschen richtung innenstadt zum hauptplatz da gibt es die astronomische uhr die bisschen komisch ausschaut da werdet ihr gleich selber sehen wieso da vorne haben wir die astronomische uhr und ja es schaut aus bisschen wie ein spielzeug wie ein besonderes spielzeug aber ihr wisst welches und wie funktioniert es die leute sind alle dort und wissen nicht wie es funktioniert aber ich weiß es und zwar ihr seid dort steckt eure hand rein kommt hierher wo ich bin und schaut einfach dahin dann seht ihr okay es ist jetzt zehn uhr wir sind jetzt hier beim marktplatz und dem markt werden wir uns hier gleich auch anschauen aber bevor ich zum markt gebe ich euch kurz was zeigen und zwar diese statue hier und was glaubt ihr wer das ist genau das ist der vierjährige mozart der markt war jetzt nicht besonders riesig aber die leute haben dort schon eingekauft also ich denke es ist auf jeden fall günstig und gut weil nur tschechen da hingegangen sind und es war nichts jetzt touristisches oder so und ich habe mir von meinem einzigen geld um zehn uhr schon so ein wein gegönnt wollte eigentlich eine kleine flasche holen und mitnehmen aber ich hatte nicht genügend weil ich habe noch kein geld gewechselt ich habe alles mit karte gezahlt dazu gesagt für 35 kronen kann sie mir so ein glas geben und dann kann ich probieren naja jetzt um zehn uhr früh ist bisschen komisch wein zu trinken schmeckt aber krass also hat echt geschmack cash only deswegen ich muss jetzt irgendwo auch geld langsam wechseln weil man kann schon ziemlich viel mit der karte zahlen aber irgendwann kommen doch so kleine dinge die wo du doch ein bisschen bargeld raus und was ist der weitere plan geld wechseln ich habe ja so eine kleine vorliebe für bunker bekommen als sie in albanien tirana war und hier gibt es auch so einen bunker den kann man sich anschauen also bei bruno kann man noch sagen dass es so ein hidden gem ist es sind eigentlich die touristen da die leute die halt eine andere sprache sprechen sind austauschstudenten also von dem her wundert mich eigentlich dass bruno nicht so viel touristen hat es ist nicht weit von prag es ist nicht weit von wien auch von süddeutschland ist es eigentlich nicht so weit die stadt hat mega potenzial und ich empfehle jeden hierher zu kommen der irgendwie was sehen will was er vorher noch nicht so gesehen hat wo nicht so viele touristen sind man kann echt viel spaß haben und da ist ja schon der 10z bunker da werden jetzt mal reingehen und mal sehen wie interessant das ausschaut hier oben schon mal so ein trappi vor einigen jahren dachte man es ist nur ein stück geschichte jetzt in der heutigen zeit bei den heutigen problemen wird das alles wieder ein bisschen realität das bisschen unfass hier gibt es ein restaurant das riecht überall nach essen und es gibt hier ein hotel oder ist es ein hostel ich weiß nicht auf jeden fall man kann hier im bunker übernachten ihr könnt über booking buchen habe ich tatsächlich vorher gehört aber dachte mir okay das wäre doch ein bisschen zu creepy und ich weiß nicht auf jeden fall wer wirklich bunker mag kann hier schlafen und kann dann auch hier essen gehen der luftschutzbunker war schon interessant aber es gibt ja wenig zur geschichte von tschechien dazu der luftschutzbunker wurde übrigens von den nazis gebaut also nicht von den tschechen um sich vor den amerikanern und vor den sowjet zu schützen und später nach dem zweiten weltkrieg haben dann die tschechen ist benutzen falls es halt dann atomaren angriff von den westmächten gibt auf jeden fall im luftschutzbunker hat so nach essen gerochen dass ich jetzt so hungrig bin und ich werde jetzt ein typisch tschechisches restaurant suchen und mit da jetzt was zu essen holen was seit dem brunner schon mega nice ist dass man überall zu fuß gehen kann also überall bist du in vier fünf minuten zu fuß da bin jetzt gerade irgendwie in so eine gasse reingegangen und schaut mal irgendwie wo ich rausgekommen bin also schaut schon krass aus die stadt gefällt mir immer mehr und immer mehr also echt so ein favorit bei den kleinen städten in europa von mir ich habe jetzt gulasch gegessen und bier getrunken und fühle mich jetzt schon ein bisschen angeschlagen weil vorher der wein jetzt ist bier das kulasch war okay nicht das beste was ich gegessen habe das bier ist halt wirklich komisch weil die hälfte schaum ist und die hälfte bier also so schaut es auf jeden fall aus als nächstes gehen wir hier in die kapuzinergruft rein das ist so ähnlich wie das beinhaus wo wir vorher drin waren also auch wo skelette und so weiter aber anscheinend von den mönchen hier auch bewahrt wo ich weiß drin, aber ich weiß nicht wirklich, ob ich euch den Ort empfehlen kann, weil es schon echt sehr makaber ist. Es ist eigentlich gruseliger als der Ort, wo wir vorher waren, weil man das komplette Skelett sieht und sehr viele. Und ja, eigentlich sind wir hier, um Urlaub zu machen und nicht uns Gedanken über den Tod und das Leben zu machen. Wer kein Problem damit hat, kann es sich gerne anschauen, aber wer dann vielleicht nachdenklich wird, für den wäre das nicht unbedingt was. Und so sieht eigentlich ein Hostel aus, was du buchst, damit du Leute kennenlernst. Aber es sind halt einfach keine Leute im Zimmer, weil ich bin gerade reingekommen und alle Betten sind sauber gemacht und es ist einfach keiner hier im Zimmer. Und Sia hat eiskalt gesagt, ich darf nur das Bett hier oben bekommen. Und ja gut, ich habe auch nicht gefragt, aber wenn alles leer ist, dann hätte ich auch was unten nehmen können. Aber sei es drum, mein Fehler. Wir sind hier direkt in der Innenstadt. Hier hat man noch so einen kleinen Ausblick. So schaut es aus. Na ja, schade, dass hier keiner ist. Vielleicht kommt ja noch jemand und ich werde jetzt mal essen gehen und mal sehen, was der Abend so bringt. Vielleicht noch ein bisschen ein Bier trinken und vielleicht lande ich ja irgendwo. Das Hostel ist auf jeden Fall okay auf den ersten Blick. Hier kann man so bisschen seine Sachen einsperren, wenn man ein Vorhang im Schloss dabei hat. Das Bett ist auch okay mit so einem Vorhang. Kann man sich ein bisschen verstecken. Ich glaube, es ist groß genug. Kleiderschrank hier mit Armani Jeans. Gogo Boss. Nicht von mir, sondern vom Hostel. Soweit. Hostel ist echt okay. Ich bin zufrieden. Nur schade, dass weniger Leute da sind. Jetzt stürzen wir uns mal in die Innenstadt ins Nachtleben. Ahoy hier von Tag 2 in Brno. Wir waren gestern ein bisschen draußen. Es sind doch ein paar Leute ins Hostel gekommen. Wir sind zuerst in die Bar, die nicht existiert gegangen. Also die schaut echt krass aus. Und ich muss sagen, die ist keine Tourist Wrap. Also die Preise sind zwar ein bisschen heftig für die Verhältnisse hier, aber um ein Foto zu machen, um die einfach gesehen zu haben, lohnt es sich auf jeden Fall. Das Personal ist mega freundlich und man kriegt auch Wasser umsonst zum Cocktail dazu. Kommt aber früh. Also wir waren dort circa so um halb neun und es war schon richtig voll und wir haben keinen Tisch bekommen, sondern mussten so zur Seite und dann konnten wir an die Bar. Wenn ihr da hingeht, entweder reservieren oder kommt um sieben. Danach waren wir das Essen natürlich was Deftiges, damit man weiter schön trinken kann. Und wir waren danach in einer Bar, die früher ein Kino war. Also die schaut mega geil aus. Und obwohl ich kein Fan von Brettspielen bin, kann man dort so Brettspiele ausleihen und kann man spielen. Ja, 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 não! Ja, 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 ja come deinen Tools zu machen. Alles gut. Ja, 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 ja. A Puh! Ja, 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 ja. Es hat ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Man kann auch Billard dort spielen. Also die Bar ist echt geil. Richtig unscheinbar. Also von außen sieht man die so gar nicht und sieht bisschen komisch aus. Bisschen wie so ein Casino oder so. Aber drin ist die mega groß. Viele Studenten, günstige Getränke. Also für mich war das eigentlich echt die beste Bar hier in Brno. Mega. Würde ich jedem empfehlen, der herkommt. Und was werden wir heute machen? Wir sind heute am Markt hier. Und ja, es ist leer. Aber was mache ich hier? Hier drunter gibt es anscheinend ein Labyrinth. Da kann man ein bisschen rumlaufen, sich verirren. Also ich glaube die ganze Stadt hier ist ein Friedhof, so wie es ausschaut. Und danach werden wir hier hoch auf diesen Turm gehen. Da hat man eine ganz gute Aussicht auf die Stadt. Und dann habe ich noch zwei Sachen vor. Vielleicht nicht ganz typisch hier für die Stadt. Bisschen außerhalb der Stadt. Aber die will ich mir auch noch unbedingt anschauen. Und dann, wenn ich alles noch geschafft habe, vielleicht noch zum Schloss. Und ja, das sollte eigentlich ein ganz cooler Tag werden. Und wir gehen jetzt erstmal ins Labyrinth und hoffen, wir kommen wieder raus. Okay, kleine Planänderung. Wir gehen doch zuerst zum Turm. Im Labyrinth gibt es nur so Guide-Tours. Und die nächste fängt erst um halb eins an. Und jetzt ist es so zehn vor zwölf. Von dem her werden wir erstmal da hoch gehen. Und danach schauen wir uns das Labyrinth an. Am besten ihr geht da vorhin, bucht, macht eine Uhrzeit aus. Und dann geht ihr erst das Labyrinth. Mal schauen, ob ich ohne Aufzug hochkomme. 61 Stockwerke rein, das ist die Stufen. Also viel Platz hast du hier nicht auf dem Turm. So eng ist das. Aber eine krasse Aussicht. Also echt schöne Stadt. Die Aussicht ist echt nice. Aber ihr müsst echt darauf aufpassen, dass ihr Platz bekommt. Weil wenn hier viel los ist, dann kann es schon echt eng werden. Und man sieht eigentlich echt alles vom Brünno. Und super schön. Diese roten Dächer. Die Aussicht ist echt größer, als man denkt. Und da hinten sind so Wohngebäude. Die sind echt weiter weg. Aber man sieht eigentlich fast kaum moderne Gebäude. Nur da hinten was. Super Ausblick hier auf das Schloss noch. Da hinten die Kirche, die renoviert wird, wo wir nicht rein konnten. Und ungefähr da unten, da ist unser Hostel. Also wirklich ein cooler Ausblick. Man sieht, wo man überall war. Da gefällt mir echt gut. Auf jeden Fall lohnenswert und unbedingt hier hochkommen. Jetzt wird es Zeit zum Labyrinth zu gehen. Weil es ist gleich halb eins. Und die Tour dauert ziemlich lange, hat sie gesagt. 45 Minuten. Da bin ich echt gespannt. 45 Minuten sind ja nicht wenig. Und was man in 45 Minuten alles so sieht. Wir waren jetzt hier gerade im Labyrinth unter dem Markt. Und im Prinzip haben früher die ganzen Geschäftsleute, die ganzen Händler hier vom Markt ihre Sachen unten gelagert. Also Wein, die ganzen anderen Sachen, die Lebensmittel, die sie verkauft haben, damit das kühl gehalten wird. Also es schaut unten schon echt interessant aus. Aber ist jetzt nicht das Beste, was ich hier gesehen habe. Die Grüften vorher waren doch anders und was Neues. Nix weltbewegendes. Die Tour hat 45 Minuten gedauert. War okay. Da hat sie nicht lang gezogen. Ich glaube aber, das große Problem war, dass die Tour auf Tschechisch war. Und man hat so ein Blatt auf Englisch bekommen, wo man halt mitlesen konnte. Aber der Tour-Guide hat halt alles auf Tschechisch erzählt. Vielleicht war es deswegen nicht so das perfekte Erlebnis. Ich habe jetzt noch was gegessen. Ich habe mir eine Kulaschsuppe geholt und was typisch Tschechisches. Kofola und Zvitschkova. Kofola ist im Prinzip das Pendant zu Coca-Cola. Aber was ich hier gehört habe, das gibt es schon seit 1960. Also kann man nicht sagen, dass es eine Fälschung ist. Schmeckt aber auf jeden Fall anders als Kofola. Also hat so einen anderen Geschmack. Kann ich nicht sagen. Vielleicht koffeinhaltiger. Und Zvitschkova, der Braten, der haut so rein. Also jetzt bin ich richtig satt. Als nächstes gehe ich zum Roma-Museum. Also es gibt ein bisschen außerhalb der Altstadt so ein Roma-Museum. Das will ich mir mal anschauen. Ja, jetzt bin ich hier wieder am Marktplatz. Übrigens, das hinten ist wohl ziemlich so ein Luxushotel. Ich war gerade im Roma-Museum. Es war echt interessant. Es war ziemlich neu. Und man lernt ziemlich viel über die Geschichte der Roma. Es steht zwar alles auf Tschechisch da, aber man bekommt einen Audio-Guide. Und da kann man dann alles auf Englisch hören. Und wenn man sich den Audio-Guide komplett anhört, dann kann man bestimmt zwei, drei Stunden drin verbringen. So viel Information gibt es da. Also eigentlich eine echt gute Touristenattraktion würde ich Ihnen empfehlen, der hierher kommt. Und vor allem, warum sollte man da hinkommen? Weil es wirklich in einem Viertel liegt, wo eigentlich zu 90 Prozent Roma wohnen. Mir haben die Einwohner gesagt, das Viertel heißt Bronx. Und es ist wirklich so, dass da viele Minderheiten wohnen. Und obwohl es eigentlich nur fünf Minuten von der Altstadt ist, fängt da schon die Bronx an. Also die Häuser schauen jetzt eigentlich nicht so schlecht aus. Und ich werde jetzt hier nochmal einen Spaziergang machen beim Schloss. Und da oben ist das Schloss. Da werde ich jetzt gleich hochgehen. Und von da hat man bestimmt auch eine gute Aussicht, wie bei dem Turm, wo wir heute schon waren. Heute ist ein bisschen Lazy Sunday. Man merkt es wirklich. Also genauso wie bei uns ist hier im Brunum Sonntag nicht so viel los. Also die Touristenattraktionen haben natürlich offen. Und das Schloss scheint auf jeden Fall ein beliebter Ort zu sein, bei Spaziergängen und so weiter. Also viele Paare, die hier spazieren gehen. Und ja, ihr wisst, hochlaufen ist nicht so meine Stärke. Und da unten sind wir gekommen. Hier so ein kleiner Park, wo man schön spazieren gehen kann. Und ich weiß nicht, ob man das Schloss reingehen kann. Wahrscheinlich um die Hochzeit nicht mehr. Ich habe aber gehört, dass oft da was los ist. Konzerte, Musik und so weiter. Also ich muss ehrlich gestehen, die Aussicht ist nicht unbedingt die beste. Die Aussicht vom Turm war auf jeden Fall besser. Aber das Schloss schaut auf jeden Fall cool aus. Auch überall dieser alte Backstein. Und man kann sich jetzt nichts anschauen. Alles natürlich zu. Und hier gibt es noch so ein Tempel der Steine, den man sich anschauen kann. Aber ich bin jetzt hier nur ein bisschen zum Spazierengehen da. Und bin jetzt nur ein bisschen ums Schloss schon, was es gibt. Vorne habe ich noch so eine Bühne gesehen. Da sind wahrscheinlich diese Musik-Events. Mal sehen, wo uns der Weg hier hinführt. Also Bruno hat definitiv irgendwie auch was Düsteres, muss ich sagen. Neben dem ganzen Nachtleben für die Studenten. Und da seht ihr die Bühne, wo wahrscheinlich die Events stattfinden. Oder nicht wahrscheinlich, wo sicher die Events stattfinden. Ja, und normalerweise stehen hier drin die Wachen. Über dem Buckingham Palace. Aber heute keine Wachen da. In dem Papphaus. Wäre sicher interessant, sich noch das Schloss anzuschauen. Beziehungsweise das Museum. Aber ihr könnt auch so einfach herkommen und ziemlich viel von außen anschauen. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier zu kommen. Auch wenn das Schloss oder das Museum zu ist. Man sieht auch ziemlich viel. Auch wenn ich jetzt gerade im Moment nicht sehe, was dunkel ist. Und was wahrscheinlich cool ist, wenn man hierher kommt und ein Event gerade ist und dann eine Bühne ist. Also das würde ich empfehlen. Vorher auf jeden Fall sich mal anzuschauen, ob irgendwas stattfindet und dann zu so einem Event zu kommen. Wie sich das Blatt ändern kann. Gestern war ich mit ein paar Leuten aus dem Hostel unterwegs. Die waren echt cool drauf. Aber heute sind wieder neue da. Die Leute sind leider weg. Die ziehen weiter. Und die sind irgendwie ein bisschen komisch. Also was heißt komisch? Die sind schüchtern. Ich habe die gefragt, ob die ein bisschen rausgehen wollen. Nein, die wollen sich ausruhen. Was ja völlig okay ist. Aber die sind den ganzen Tag irgendwie im Hostel. Jedes Mal, als ich da war, lagen die in der gleichen Position im Bett und haben auf ihr Handy geschaut. Da frage ich mich dann schon, wieso kommt man hier nach Bruno und verbringt den ganzen Tag im Bett? Ja, naja, manche wollen sich wirklich ausruhen oder so. Aber dass gleich alle vier die gleiche Position haben und das gleiche machen und faulenzen, das ist dann echt ein krasser Zufall. Okay, jetzt kann ich die Leute ein bisschen verstehen, warum die nicht mitgekommen sind. Und zwar, es ist nichts mehr los. Also Sonntagabend ist eigentlich wie bei uns in Deutschland alles dazu. Nur ein paar Kneipen mit Essen haben noch auf. Und ich muss euch sagen, die Definition Kneipe oder Bar ist hier im Brunno zumindest ein bisschen anders. Das sind meistens eigentlich so Restaurants, wo man Bier trinkt und dann noch ein bisschen was zu essen nimmt. Nicht unbedingt so eine große Portion muss man nicht. Aber es gibt auch kleine Portionen, die man zum Essen mit dazu nimmt, wo besonders viel Knoblauch mit dabei ist. So richtig Bar wie bei uns, wo halt die Leute stehen, wo sie kommt und wo man sich dann an Dresen was zu trinken holt. So ist es nicht wirklich. Unter Bar verstehen die was anderes. So ist es nicht wirklich.